Hallo, mein Name ist Robert Etzdorf und ich möchte euch in diesem Video gerne zeigen, wie ihr auf den Niko Quiz-Wettbewerb zugreifen könnt. Ich befinde mich jetzt hier auf der Webseite quizacademy.de. Und wenn ihr auf dieser Seite etwas nach unten scrollt, dann kommt ihr hier zu dem Niko Quiz-Wettbewerb und über diesen Link kommt ihr dann entsprechend auf die Landingpage. Vielleicht habt ihr auch schon die Postkarte des Ernst-Zett-Verlags bei euch im Briefkasten gehabt und seid daher auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. Ihr findet diese Postkarte auch noch einmal hier im Bereich Lehrerzimmer. Die Idee des Wettbewerbs ist, dass ihr gemeinsam als Lehrkraft mit euren Schülern diesen Wettbewerb durchführt. Geht dazu auf den Wettbewerb und jetzt seid ihr hier schon in unserem iFrame und könnt direkt loslegen. Das heißt, ihr gebt euch einen Nutzernamen, dann könnt ihr die Registrierung starten, klickt auf Starten und ihr seht die 15 Fragen, könnt diese beantworten und absenden und dann an dem Wettbewerb teilnehmen. Ihr könnt auch die Web-Version entsprechend öffnen, groß machen, indem ihr auf diesen Link klickt. Dann öffnet sich ein neues Fenster und ihr könnt genauso mit dieser Web-Version arbeiten. Oder ihr könnt zum Beispiel auch unsere Apps verwenden. Aber der einfachste Zugriff ist, indem ihr einfach direkt diese Seite öffnet, dann hier in diesem iFrame arbeitet und gemeinsam mit euren Schülern dann diesen Wettbewerb durchführt. Wenn ihr diesen Wettbewerb auch an Kollegen oder Kolleginnen weitergeben wollt, dann könnt ihr auch hier diesen Kursflyer verwenden zum Beispiel. Und ihr erhaltet hier auch alle Informationen zum Wettbewerb, zum Beispiel auch im Bereich der FAQs zu den am häufigsten gestellten Fragen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Nico-Quiz-Wettbewerb und freuen uns über eure Teilnahme und von euch zu hören, wenn ihr Fragen habt.